Den Nikonen zum Gruß und hallo zu diesem Video, wo wir uns mit den Regierungsorganen des dritten Horizontes hier auf Coriolis auseinandersetzen. Das Video kommt letztendlich auf die Rückmeldung auf einen Fehler, den ich gemacht habe, auf den ich jetzt hier kurz eingehen möchte, zurück. Ich hatte beim Video zum Konsortium mich dazu geäußert, dass die Fraktionen ja mit gewissen Stimmberechtigungen im Rat der Fraktionen, dem Konzil, vertreten sind und habe dabei versehentlich einfach die Fraktionen des Syndikats und der Nomadenföderation mitgezählt, obwohl sie rein formal nicht in den Bereich des Konzils fallen und damit keine Stimmberechtigung haben, was die höheren politischen Ämter betrifft. Das war der ursprüngliche Fehler, aber das soll ein guter Aufhänger sein, um uns hier jetzt mit dem anderen zu unterhalten. Was ist jetzt genau die Regierung des dritten Horizontes? Das ist jetzt ein bisschen hochgestochen, weil letztendlich jedes dieser Sonnensysteme am dritten Horizont irgendwo ihre eigene Ordnung hat und das wäre natürlich hochtrabend übertrieben zu sagen, das, was auf Coriolis passiert, erreicht auch die eurersten Bereiche des dritten Horizonts. Aber sie beeinflusst auf jeden Fall die höhere Politik in vielen Ebenen. Wie man hier auch sieht, habe ich die ganzen Fraktionen, die in Stimmberechtigung haben, im Konzil auch jetzt mal kurz hier farblich hervorgehoben. Und diejenigen, die nicht bestimmenberechtigt sind, sind hier weniger hervorgehoben. Aber es fällt hier ja auch entsprechend auf, dass hier diese Fraktion, nämlich die Fraktion des Konsortiums, überbetont ist. Und das hat auch seinen Grund, weil das Konsortium nicht nur eine Stimme im Konzil hat, sondern insgesamt vier. Nämlich die Fraktion versteht sich als vier Fraktionen. Einmalseits das Konsortium als solches, das Bulletin, was dem Konsortium zugeordnet ist, das Institut, was auch dem Konsortium zugeordnet ist und das Kolonialbüro gehört auch doch dazu. Und damit sind das insgesamt summa summarum vier Stimmen. So, das wäre jetzt so die eine Iteration. Wir haben jetzt so gesehen, man kann so gesehen diese als eben das Konzil bezeichnen. Das Konzil ist ein Organ und der Vorsitz des Konzils hat jetzt aktuell das Konsortium inne und ich habe auch nichts Widersprüchliches gefunden. Und wahrscheinlich ist der Vorsitz des Konzils schon immer beim Konsortium gelegen. Deswegen hat doch das Konsortium dieses Regierungsorgan als solches erschaffen und peu a peu die ganzen anderen Fraktionen eingeladen, doch sich mitzubeteiligen. So, und das ist jetzt wie gesagt eine Geschichte. Wir haben aber noch weitere Organe, die so gesehen auf Coriolis mitwirken. Und dazu hätten wir so gesehen den offiziellen Regierungssitz oder Chef oder Chefin, nämlich den Gouverneur oder Gouverneurin von Coriolis selbst. Also die Station wählt einen Gouverneur oder Gouverneurin. Aktuell ist es ein Gouverneur. Und wer wählt jetzt genau den Gouverneur auf Coriolis? Und es wäre ja vermessen, in einem hyperkapitalistischen System und Setting wie Coriolis den dritten Horizont zu behaupten, das wäre demokratisch organisiert. Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch viel zu simpel. Nein, der Gouverneur wird letztendlich von der Volksversammlung gewählt. Und die Volksversammlung besteht aus 2001 Mitglied. Und wie wird man Mitglied in der Volksversammlung? Naja, man zahlt eine schöne Stange Birre. Wahrscheinlich ist es, und zwar an der Zahl 9000 Birre. Kostet eine Stimme, so gesehen, in der Volksversammlung. Es ist nicht definiert, wie lange diese Simmel genau vorhält. Man könnte, das würde ich jetzt jeder Spielleitung als solches empfehlen. Je nachdem, wie üppig die Birre fließen, ist es entweder wahrscheinlich einmal pro Zyklus oder eben pro Segment. Das würde sich so anbieten. Zu sagen, okay, pro Segment ist relativ teuer. Das heißt nämlich, neunmal darf man 9000 Birre zahlen. Immerhin wäre das eine sehr ikonengläubige Zahl mit 9000 und neunmal Zahlen. Aber wenn man auch sagt, nur man zahlt 1000 Birre pro Segment, wäre das auch immer noch neunmal diese Summe. Auf jeden Fall kommt man, so gesehen, am dritten Horizont nur dann zu Stimmrecht und politischer Beteiligungsmaßnahmen, wenn man entsprechend Geld dafür hinblättert. Und dann darf man alle vier Zyklen den Gouverneur oder die Gouverneurin von der Coriolis-Station wählen. Und aktuell ist eben der Gouverneur der Kamal-Dargosian. Namen. Ich werde wahrscheinlich heute noch um einige Namen schäupern, weil wir werden uns heute auch noch mit den ganzen Personen dahinter beschäftigen. Und wer sind das überhaupt für Leute? Gut, also wir haben jetzt Kamal. Der ist jetzt der aktuelle Gouverneur von Coriolis und ist damit auch Mitglied des Konzils. Es ist nicht definiert, ob er stimmberechtigt ist, aber ich würde sagen, er ist stimmberechtigt. Offiziell ist Kamal eine ursprünglich unabhängige Person, die sich aber dann vom Konsortium hat einkaufen lassen und entsprechend da sehr gute Arbeit geleistet hatte, bis zu der Geschichte, als die Abgesandten auf Xena aufgetaucht sind. Da gab es dann ein bisschen Tumult. Und ansonsten ist das Leben von Kamal eher ein Liebemann durch und durch. Man behauptet, er wäre sehr dem Kohol zugeneigt. Und naja, man könnte sagen, ja, wahrscheinlich hat er einfach nur die richtigen Verbindungen gehabt innerhalb der Volksversammlung, wo sich ja auch, wie gesagt, alle wohlhabenden Personen und auch die Fraktionen einkaufen können. Das habe ich vorhin noch unterschlagen. So, jetzt haben wir den Gouverneur. Wir haben jetzt die Fraktionen und die Fraktionen senden so gesehen einzelne Mitglieder in dieses Konzil und wir wollen uns mal kurz mit denen entsprechend auseinandersetzen, nämlich die Vorsitzende, wie gesagt, hatten wir ja gerade gesagt. Den Vorsitz enthält gerade die Tiara Jidris, die jetzt so gesehen als Nachkommen der Familie Jidris, das waren die Steuerleute von der Zenit, das war ja wie gesagt diese Adelsfamilienstreitgeschichte rund um das Konsortium. Und sie ist letztendlich sehr auf aggressive Expansionspolitik aus. Also alles, was militärisch nicht lösbar ist, gibt es nicht bei ihr. Also alles wird irgendwie mit Hilfe der Legion entsprechend unterdrückt. Gerade der Streit mit den Orden des Paria eskalierte regelmäßig unter ihrer sehr rigiden, harten Hand. Und das sorgt dafür, dass natürlich auch der Orden sich darauf nicht einlassen möchte, weil das ist ja weder diplomatisch noch irgendwie hilfreich. Und ich hatte ja auch gesagt, das Konsortium hat ja eine rechte Hand. Das ist die Legion, die Kriegsveteranin Suhaima Taslim, ist eine Legionärin, die stolz das Gesichtstattoo des Totenschädels der Legion trägt und ja, kubernetes auch erweitert ist mit hoher Wahrscheinlichkeit. und ja, auch so gesehen die harte Hand führt und ist, wie gesagt, eine der vielen Kriegsveteranen. In der Legion steigt man nur auf, wenn man mit Mut und Überlebenskraft aus den Schlachten herfortzieht. Und damit kriegt man auch entsprechend politische Macht in dieser Fraktion. Wir haben noch die Freie Liga, die hat die Jezebel Niales losgeschickt, die immer wieder sich innerhalb des Konzils dazu rechtfertigen darf, dass die Freie Liga doch nicht so eng mit dem Syndikat verbunden ist und regelmäßig deswegen auch eine harte Hand fahren muss, um eben die ganzen illegalen Aktivitäten dort einzudämmen, dass sie entsprechend immer wieder regelmäßig KopfgeldjägerInnen so gesehen lossendet, um sicherzustellen, dass die Kursaren um das Syndikat eingedämmt wird. Auch wenn es auch immer wieder dann wieder intern heißt, das war nicht das Syndikat, das waren die Sklaventreiber von Argol oder eben die Schlange. Wir kennen das ja. Wir hatten das ja im Rahmen des Syndikat-Video angesprochen, dass es ja auch, wie gesagt, weitere kriminelle Organisationen gibt. Aber die Freie Liga muss sich halt innerhalb des politischen Systems halt rechtfertigen, was da gerade vor sich geht in den ganzen Hafenanlagen, die sie ja betreiben. Dann haben wir noch als letzte zynistische Fraktion natürlich die zynistische Hegemonie. Die wird aktuell repräsentiert von Joachim Quasar. Das ist so gesehen der direkte Nachkomme, der direkte Erbe des aktuellen Hegemonens von der Quasar-Familie, der ja unten im Monolithen lebt und ja, der sehr das politische Drama schätzt. Aber insgesamt munkelt man darüber, dass er sehr frustriert ist, dass er so lange warten muss, bis sein Vater endlich verstirbt und er so gesehen die Macht erhält, weil so lange ist er nur Stellvertreter. Ich ziehe da gewisse Analogien zu Prinz Charles und der Queen in UK, weil wahrscheinlich ist das da ähnlich frustrierend. Aber ja, er ist ein Lebemann, durch und durch sehr arrogant, hält sich für etwas Besseres und ja, Adel der zynistischen Hegemonie. Was soll man da groß dazu sagen? Wo ich nicht so viel sagen kann, sind letztendlich verbleibende Stimmen, die noch das Konsortium unter Bulletin, Institutionen und Kolonialbüro bereitstellt, weil das sind alles Nobodies. Das sind Namen, aber zu denen gibt es keine Hintergrundgeschichte. Zu denen gibt es keine weiteren Hinterlassenschaften. Die wurden regelmäßig ausgetauscht. Gerade was das Kolonialbüro betrifft, hat man aktuell eine sehr unbekannte Person installiert, weil man die letzte Person da angreifbar gewesen war. Und das will man nicht. Das sorgt nur für politische Störung. Und damit haben wir so gesehen die Mitglieder im Konzil von der zynistischen Seite abgehakt. Was wir noch nicht abgehakt haben, sind natürlich die restlichen Mitglieder. Der einzig bekannte, also offiziell bekannte Dragoniter mit einem Namen und einem Gesicht ist letztendlich der Mandragor Ho, der für die Dragoniter im Konzil spricht. Ein älterer Mann, der sehr unscheinbar ist, aber mit seiner scharfen Zunge regelmäßig die ReporterInnen von dem Bulletin in die Verzweiflung treibt und sehr politisch sehr geschickt agiert. Aber wie gesagt, er ist die einzige Person der Dragoniter, die man offiziell kennt. Alle anderen leben ja im Verborgenen. Was ja eine sehr interessante Konstellation ist. Man weiß ja nicht, wie sich eigentlich das legitimiert, dass er für die Dragoniter spricht. Dann haben wir noch die Kirche der Ikonen, wo ich im Rahmen der Kirche der Ikonen-Video auch gesagt habe, dass eben nicht der Patriarchat und auch nicht der Matriarchat die Matriarchatin von der Kirche selbst im Konzil sitzt, sondern ein Mitglied der Kreis der Sucher. Nämlich in dem Fall ist es die Wasima Um, die dort entsprechend tätig ist und mit sehr viel philosophischen Fragen immer wieder auch für Aufsehen erregt, gerade im Bulletin. Die Frage, die sich bei mir aber aufstellt, wenn ich dann lese, sie hat die Diskussion um die Frage, haben Humaniten eine Seele? Ich weiß nicht, auf welcher Seite sie steht. Das macht sie für mich gerade moralisch etwas schwierig, weil ich nicht weiß, stellt sie in Frage, dass Humaniten eine Seele haben? Oder sagt sie, Humaniten könnten eine Seele haben? Und sorgt dafür mit entsprechend Aufsehen? Das muss wahrscheinlich jede Spielleitung für sich entscheiden. Ich wäre eher dafür, dass die Kirche der Ikonen vielleicht eine progressivere Person mit dem Kreis der Suche hat und dass entsprechend sie die These vertritt, Humaniten haben eine Seele und dafür entsprechend Unruhen erzeugt. Klingt für mich insgesamt plausibler, gerade mit Blick darauf, dass die Humaniten insgesamt ja einen sehr schlechten Stand haben als Menschen zweiter Klasse, weil sie ja genetisch angepasst in ihrer Umgebung sind, was ja am dritten Horizont vielleicht auch gar nicht mal so unklug ist, wenn man sich manche lebensfeindlichen Planeten auch anschaut. Naja. Dann haben wir noch aus dem Alamstempel die recht unscheinbare Person Terminus Lethe, der, ich glaube es müsste ein R sein, es steht nirgendwo, welches Pronomen er hat, deswegen nehme ich jetzt einfach mal R an, da sind wir geschlechtstechnisch auch halbwegs ausgeglichen hier im Konzil. Zu der gibt es leider nicht allzu viel, die prominenteren Persönlichkeiten wurden entsprechend in Alamstempel-Videos selbst nochmal genannt mit der Interperson unter den Kortisanen. Naja. Und dann haben wir noch den Ordensparia, der vertreten wird von Schwester Almas, die die Direktorin des Medikurgischen Instituts, also so gesehen die Samaritastation, auf der Chorio-Station ist und die eine sehr harte Lehrerin im Rahmen des Medikurgischen Ausbildungsprogramms ist. Also jedenfalls sagt man das sich entsprechend so auf der Chorio-Station und man behauptet auch, dass sie nicht schläft, sondern dass sie vor der Statuette des Märtyrers regelmäßig in Gebete versinkt und, naja, vielleicht schläft sie dann auch effektiv nur beim Gebet ein, aber das wäre ikonenabfällig, das zu behaupten natürlich. Aber, ja, man muss ja das Bild auch ein bisschen aufrechterhalten. Gut, dann haben wir noch zu Beginn, so um den 60. Zyklus rum, ja auch die Situation, dass eine weitere Person, so gesehen, in das Konzil aufgenommen wurde, zwar ohne Stimmberechtigung, jedenfalls würde ich das so verstehen, weil es steht da Beobachter. Es wurde ja, der Abgesandte des Boten von Xene kam ja auf die Chorio-Station und hat dort entsprechend einen Platz gefordert auf der Station und so gesehen hat man dem, der die Abgesandten einen Zugang gewährt und so gesehen tut der Abgesandte des Boten regelmäßig den Sitzungen teilnehmen und entsprechend zuhören, was da gerade besprochen wird. Es ist nicht definiert, ob der Abgesandte Ratschläge erteilt hat oder nicht. Das werden wahrscheinlich die Fraktionsmitglieder selber wissen. Es ist der Spielleitung überlassen, ob das passiert ist oder nicht. Ja, und dann wären wir eigentlich so mit der, wie funktioniert die Regierung, was sind die politischen Organe, soweit halbwegs durch. Noch zu erwähnen wäre, dass die Regierung letztendlich, also wie gesagt, das Konzil zusammen mit dem Gouverneur bestimmen, welche Gesetze erlassen werden. Die Gesetze werden aber dann von der Volksversammlung entsprechend abgesegnet, damit das Ganze ja irgendwo einen semidemokratischen Prozess durchläuft. Und zusätzlich sind ja die Judikatoren der Hegemonie beauftragt, regelmäßig die Verbrecher zu suchen und agieren so gesehen unabhängig von denen. Und auch die RichterInnen reagieren so gesehen autonom, unabhängig von dem Einfluss des Konzils. Aber natürlich gibt es politische Ränkespiegel, aber offiziell sind die beide, also sowohl die Judikatoren wie auch die RichterInnen, unabhängig. So läuft das halt. Und so gesehen ist auf Coriolus die Gesetzgebung so halbwegs klar. Also die Legion stellt die Stationswachen, die Judikatoren werden gestellt von der Hegemonie. Und die RichterInnen sind so gesehen autonom für sich von verschiedenen Fraktionen entsendet, meistens eben irgendwo aus der Richtung von Konsortium, Hegemonie oder Ähnliches. Und damit sind wir soweit durch. Ansonsten würde ich jetzt hier einfach nur noch einen Schlusssatz einbringen. Ich fand den Text einfach sehr schön, als er sich entsprechend auf das Konzil bezogen hat. Deswegen würde ich das hier an der Stelle zum Abschluss noch kurz hier vortragen. Ein Zitat von Zadimel, die folgendes schrieb oder sagte, Wir leben in einem Zeitalter der Veränderung. Der Horizont ist in Gefahr. Die Ikonen wissen es und wir können sie flüstern hören. Die Mystiker-Krankheit verbreitet sich. Niemand weiß, was die Abgesandten wirklich wollen. Und der Orden ist auf dem Kriegspfad. An wen können wir uns wenden, wenn selbst das Konzil nichts unternimmt? Und ich denke, das wirkt entsprechend gut darauf, wie man das Konzil entsprechend vielleicht zu verstehen hat oder auch nicht. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank hier fürs Zuschauen. Und wenn euch dieses Video irgendwie weitergeholfen hat, lasst gerne einen Daumen hoch hier. Wenn ihr noch weitere Anmerkungen zu dem Konzil, dem Gouverneur, die Volksversammlung oder Ähnliches habt, lasst gerne einen Kommentar da. Und ansonsten, wenn ihr kein weiteres Video dieser Art hier verpassen wollt, oder auch insgesamt die weiter verlaufende Kampagne, die noch hier laufen wird, dann lasst doch einfach ein Abo hier. Und ansonsten sehen, hören wir uns in irgendeinem anderen Video auf diesem Kanal. Bis dahin.